Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video und wie gestern versprochen zeige ich euch heute das seltenste, vielleicht die seltenste Waffe und wieso die so selten ist, weil es gibt im ganzen Game nur einen einzigen Gegner, der diese Waffe droppt und den findet ihr im Halleck Tree, also quasi ganz am Ende des Spiels und die Waffe, um die es geht, ist das Großhorn des Gesandten. Mich würde erst allererstes mal interessieren, wer von euch nutzt diese Waffe aktiv, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Waffe irgendwie gut ist und also die Waffe ist absolut broken selten, im ganzen Spiel gibt es einen einzigen Gegner, wo ihr die finden könnt, die Droprate liegt wieder irgendwie bei 1-2% bei einer Entdeckung von 100 und halt erst ganz am Ende des Spiels, aber genug gelabert, ich zeige euch wo es die gibt, die gibt es nämlich hier. Und wie wir da hinkommen ist im Prinzip gar nicht so schwer, ihr müsst halt als erstes mal zum Halleck Baum kommen, dann lauft ihr hier gerade aus. Und dann gibt es hier rechts so einen Pilz, da könnt ihr runterspringen. Ich bin den Weg heute bestimmt 50 Mal gelaufen, bis das endlich gedroppt ist, das Item. So, dann hier rechts wieder runter, da müsst ihr hier aufpassen, hier sind immer so scheiß Ameisen, die müsst ihr dann einmal besiegen, weil die laufen euch sonst hinterher. So, an den Ameisen vorbei, weiter oben und da oben ist der Gegner, das ist der einzige Gegner im ganzen verdammten Spiel, der diese Waffe fallen lässt. Und ich lache mich tot, wenn er die jetzt sofort wieder fallen lässt. Kein Drop. Also, macht euch auf ganz, ganz beschwerliche Stunden. Bereitet euch darauf vor, weil, falls ihr die Waffe farben wollt, einfach für euer Inventar oder falls ihr die ausprobieren wollt, das Farben ist wirklich gottlos. Das macht echt gar keinen Spaß. Und ich kann leider die große Orakelblase nicht einsetzen. Das würde ich natürlich gerne wissen, ob die stark ist oder so. Ich habe leider nicht genug Glaube. Macht heiligen Schaden. Also, ich sehe da nichts, wieso diese Waffe so krass selten sein soll, dass sie, also, die ist doch nicht gut. Große Blase. Blast in das Horn, um eine große magische Blase zu erschaffen. Die Blase schwebt langsam durch die Luft auf ihr Ziel zu. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob die Waffe gut ist. Vielleicht vertue ich mich ja auch. Aber ja, das ist die seltenste, also meiner Meinung nach die seltenste Waffe im ganzen Spiel. Das Farben ist abartig. Es gibt nur einen einzigen Gegner im ganzen Spiel und auch noch versteckt im Halligbaum, weil theoretisch lauft ihr hier nicht lang. Ihr lauft ja in den Halligbaum eigentlich runter, zumal den ja, also. Ja. Liked gern das Video, schreibt gern in die Kommentare eure Meinung zu der Waffe und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.